Moin, meine Kampfkumpel Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von PlanetCraft, ihr Lieben. Wir haben schon langsam angefangen, wir haben unsere Base, die wir eigentlich, naja, die wir beim Stargate bauen wollten, so ein bisschen schon vorgearbeitet und in der Folge wollen wir mal so ein bisschen ein oder zwei Sachen hier hinstellen, den genetischen Synthesizer, ich kann nicht mehr reden, läuft auf jeden Fall, den werden wir hinstellen und so ein bisschen das ein oder andere hier rüberholen, was wir drüben noch haben. Das werden wir natürlich alles ins Labor stellen, damit wir nicht so ein großes Hin und Her haben. Müssen wir mal gucken, wir werden erstmal die, was bist du, DNS drüben entfernen. Langsam und einmählich alles rüberpacken, Vulkan. Vulkan? Ich mein Dings. Komm, wir packen mit dir hier hin. Oh, weiter Knopf schon wieder. So. Haben wir auf jeden Fall. Gut, die sind drüben. Äh, bap, 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 bap. Ich muss gerade überlegen. Wo es alles am sinnvollsten ist, die Teile hinzupacken. So, wartet. Die Sportsfreunde werden wir mal hier drüben machen. Dann könnten wir eigentlich langsam anfangen, ein paar Tierchen zu machen. Dann wird es mit den Tieren schon mal nach oben gehen. Ich hoffe, Beute, du kommst damit klar, wenn du hier wieder erscheinst. So, die packen wir rüber. Dann werde ich mir gleich mal Sachen hierfür einpacken. Aber mir fehlt noch ein Teil, kann das sein? Oh, ich kann einen größeren Rucksack bauen. Geht mir nicht noch ein. Futterspenden, Tiere. Ich glaube, ich bin gerade leicht blind. Ja, ich glaube, ich bin leicht. Oh. Okay, den können wir momentan noch nicht machen. Mir fehlt irgendwie die Muttergene. Ja, Muttergene, Muttergene, Muttergene. 55, bei Tee. Gut, das haben wir fast. Dann lasst uns... Was habe ich gerade eigentlich abgebaut? Die Teile. Die Teile werden wir hierhin packen. Also alles, was mit Züchten zu tun hat. Eigentlich brauchen wir sowas Großes hier nicht. Eigentlich brauchen wir sowas hier nicht. Nicht so viel auf jeden Fall. Ich glaube, vier Stück reichen hier drin. Haben wir noch irgendwas Wichtiges? Oder packe ich die DNA-Dings hier drüben hin? Naja, gerne. Das können wir eh noch nicht machen. Oh, Heizung könnten wir eigentlich machen. Die haben wir auch noch nicht gebaut. Die Stufe 5. Bop, 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 bop. Dann würde ich auch gleich... Irgendwas wollte ich mit euch machen. Ich habe es vergessen. Falsche Alltangang. Ich würde mir gerne einen größeren Rucksack bauen. Sechs. Den können wir machen. Äh... Magenta. Blau. Blau Obsidian. Blau, blau, blau Obsidian. Dann brauchen wir eine Platte. Ich glaube, ich habe alles. Und der größere Rucksack ist gekraftet. So, lasst mal gucken. Was brauchen wir denn hierfür? Ich baue die Gacke jetzt einfach mal. Karte haben wir ja. Alu. Weimar Kobold. Magnesium und Osmium. Nein, daneben. Magnesium und... Nein, ich wollte eins daneben, mein Schatz. Das ist so. Osmium. Osmium Cellulite. Osmium Cellulite. Osmium Cellulite. Osmium Cellulite. Cellulite. Magnesium. dann einmal die kathoschke kathoschke haben wir so und blau und grün brauchen wir jetzt mache ich mir die teile jetzt einfach mal die werde ich glaube ich benutzen aber egal so blau und grün haben wir ich habe das so was noch nie verwendet okay gut den sports kollegen würde ich gerne hinpacken ich habe keine sicherung energiesicherung brauche ich ja das ist doof zweimal sogar jemini okay die können wir erstmal vergessen den sports kollegen vergessen wir einfach mal ganz schnell aquarium brauchen wir eh nicht mehr wir könnten uns noch ein t net bauen war sind wir da schon viel zu viele haben wir auf jeden fall naja wir haben noch nicht so viele mein gott denk nach bevor du sprichst einmal aus mir und legierung so den sports kollegen werde ich drüben hinpacken wir müssen eh noch mal gucken wegen den könnten kann ich den tatsache nein der muss draußen sein und genau deswegen habe ich das hier gemacht ich glaube ich muss looten gehen ich muss in die frax rein und looten ich will nicht ich will wirklich absolut gar nicht und für die kacke brauchen wir klumpen es bringt nichts eigentlich bringt das nichts er momentan ressourcen verschwendung dafür haben wir die teile noch nicht noch nicht so gut eingestellt dass es sich ja erstmal alles selbst versorgt deswegen ist es eigentlich gut dass wir eine neue base bauen damit wir alles gleichzeitig umstellen können ich muss in die frax rein ich meinte ich könnte jetzt die sicherung klauen von unserem mutagen 2 was wollte ich mit mutagen 2 machen wie könnte es jetzt herstellen ich brauche mal das andere mutagen oh no ich brauche das hier was okay das haben wir fast ähm wir hätten noch den krater wo wir reingehen können wir gehen mal kurz zum krater da haben wir noch eine höhle wo wir nicht drin waren wie sieht es hier aus ich habe natürlich kein sauerstoff mitgenommen ich habe den rausgepackt wobei sauerstoff ist ja gott sei dank in diesem spiel stand noch in ordnung ich sehe später ich sehe später ich hole euch später ich hole euch später warte hier war noch irgendwo was zum lesen wer lesen möchte ich kenne es leider schon anhalten und selbst gucken ein bisschen langsam unterwegs oder da sind wir doch und ich kann ja nicht fliegen ich komme mir auf einmal wirklich sehr klein vor so so goldene eier shit die haben wir noch nicht und 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 bin ich ein bisschen zu früh so was haben wir hier hinten so dann waren wir auf jeden fall schon beim krater zukunft was für eine zukunft da sind die goldenen eier aber das bekommen wir alles erst später ist sollte hier nicht runter springen wer weiß inwieweit wir verpackt sind dann und springt trotzdem runter schön dass es jetzt dunkel wird gut wir müssen hier so oder so später hinkommen und die geunen frisch in der froscheier zu bekommen und am wasserfall waren wir eigentlich auch noch nicht die golde stadt da müssen wir auch noch hin dann lute ich auch gleich das da oben komplett wenn ich alles rein bekomme juttentag was geht ich werde nicht aufgeben ich werde nicht aufgeben voll krass von dir so die freundin nehmen wir mal mit das ist leer das haben wir auch gut ups wir müssen einen schrank bauen so kann ich einen schrank hier rein bauen vielleicht wo ist das dunkel so geht natürlich wird das nicht gehen denn ich brauche erst einmal so rein hier rein hier rein hier kiste so dann kann er das jetzt holen tnet hoffentlich gut blümchen könnten wir eigentlich so kleiner umblick da schmeißen wir raus das 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 unwichtig das erstmal auch wir müssen nämlich die ganzen ressourcen sammeln die jetzt unten sind speichern und noch mal rein hier war ich nicht glaube ich hoffe ich war es das das war es gut krater ist abgehakt wären wir auch so runter gekommen ohne wasser aber wir wären vielleicht nicht mehr rausgekommen doch schon mit bisschen rumglitschen und rumfliegen aber aber guck mal die beutelchen zu holen ab ich nehme es mal mit solange die beutelchen ist die mutagene holen hoffentlich können wir den rest mitnehmen ich glaube die schränke sind eh bisschen voll so 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 Die nehmen wir mit, die den essen etwas und können den da mitnehmen. Gut, Frösche haben wir noch nicht. Ich muss erstmal alles in die Dreckslootkiste packen. So, Dreckslootkiste ist gesetzt. Schlüsseldiktator des Aufsehers. Kommt vielleicht später. Heizung. Oh. Ich würde gerne Heizung machen. Eigentlich könnte ich die ganzen kleineren Heizungen abbauen. Ach egal, wie das sind die jetzt? Äh, auf jeden Fall. Ja, das habe ich schon wieder vollkommen vergessen. Jetzt, ey, geh weg. Nimm den Dünger hiervon. Und was bringt uns die Heizung? Wärme und Luftdruck. Einfach mal hier in diesem Gebiet reinsetzen. Oh Gott, der Umzug wird immer nerviger. Und ich muss immer noch in die... Oh, Leute, ich will mich nicht da unten verlaufen. Es muss aber... Leider müssen wir... Oha. Ähm... Nachfrage. Ich werde mal hier Mutter G mit reinhauen. Damit die am Krater, ähm, geholt werden können. Okay, brutal können wir hier nicht machen. Das bedeutet, wie... Hab ich denn... Ich glaube, ich habe zwei Energie... Teile bekommen. Kann ich die kaufen? Ich glaube, ne? Also ja, ähm... Weg da mit. Tatsache, kann ich keine Energie-Teile holen. Nur Wärme. Nee, Energie hier. Du willst mich ja verarschen. Ähm... Ach... Es wird auf jeden Fall ein Spaß. So viele Sachen, die ich gerade erledigen muss. Oder machen möchte. Weil ich nicht weiß, wo ich als erstes anfangen soll. Nachfrage-Platte. Nachfrage-Platte. So, dann dürften ja die ganzen Platten, die wir hier überall verteilt haben, da. Und nicht mehr hier. So, wir gehen noch mal zurück. Jetzt hat aber auch die Frage, was ist als erstes und wichtiger. Oh, mehr kann ich nicht. Ein Lager entsteht. Wie sieht's denn hier... Ach du Scheiße. Nun, irgendwie wird hier nichts herantransportiert. Irgendwie absolut gar nicht, aber okay. Geh raus. Angebot. Okay, das habe ich alles leer gemacht. Äh, die Aluregion. Ja, wie gesagt, wir haben so viel Arbeit und so wenig Beutelchens. Oh, nein. Angebot. Angebot. Damit hier alles mal so nach und nach wegkommt. Wir haben komischerweise nicht das geschafft, was ich machen wollte. So, eine Sache mache ich noch. Ich mache noch ein... Oh, da waren sie schnell. Dünger. Dünger könnte ich eigentlich schon nach drüben bringen. Na, machen wir später. Ich glaube, mit dem großen Umzug, da werde ich Beutebeute brauchen. Oh, Muttergen 4. Sehr schön. Was wollte ich mit Muttergen 4 nochmal machen? Ähm. Hallo. 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 Nachfrage, Aluminium. Nachfrage, ne, Aluminium. So. Ähm. Amphibien. Das könnten wir machen. Oh. Ich muss ja jetzt noch. So. Dünger. Warte. Amphibien. Die einfache, gemeine. Habe ich denn schon Amphibien? Oh mein Gott, wir haben Frösche. Nein, nicht dein Ernst. Seit wann ist denn das passiert? Ich glaube, wir müssen noch mal kurz zum Krater zurück. Erstmal zur Überbrückung. Wir gehen noch mal in den Krater rein. Gucken mal, ob wir da die goldenen Eier bekommen. Toll, dass es jetzt passiert, wenn wir schon weg sind. Krater. Falsche Richtung. Ey, ich hasse das schwimmen. Das sind die normalen. Uh. Da. Und dann holen wir uns die Gäunen. Die bringen uns ein bisschen mehr was. Das ist das Schwimmen, solange dauert. Das ist das Schwimmen, solange dauert. In meinem alten Spielstand wäre ich schon bei der Hälfte mit Sauerstoff. So. Hallöchen. Yes. Danke. Ihr werdet die Kinder eh nicht vermissen. Keine Sorge. Da sind sie doch. Gib. Braucht ihr eh nicht. Sehr schön. Toll, wir waren vor ein paar Minuten hier. Dann könnten wir eigentlich gleich noch eins machen. Umso schneller steigen wir. 10.000 Jahre später. Das hat mir vielleicht einen Motor am Rücken festschrauben, wenn ich hier rumschwimme. Und einmal nach oben. Ups. Gegen die Wand. So, dann schnell zum Teehäuschen. Okay, dann schwimmen wir im Dien. Jetzt, jetzt kann ich fliegen. Ja, nee, ich erreiche die Höhe nicht. So, jetzt aber. So. Dann lasst uns einmal. Wir werden noch mal so ein Amphibien-Teil bauen. Das. Dann fliegen wir mal ganz schnell zurück. Zack. Wie viel bringen uns die Froscheier? 600. 600 hört sich doch gut an. Sorry, Jungs. Mädels. Raus mit euch. Ich habe kein Wasser mehr. Sehr schön. Wir haben Gäune Frösche, meine Lieben. Und damit würde ich sagen, werde ich in folgenden Päuse machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Hallo. Ciao.